Union Glashütte Der Schiff beeindruckt mit seinem extravaganten Design. Steht für Profil und Courage. Hinter dem Saphirglas auf der Rückseite tickt hochpräzis das Automatikgetriebe. Aufgeschraubte Flanken, eine Finesse, die auf höchst innovative Weise die exklusive Ausstrahlung dieser Uhr unterstreicht, offenbaren den Charakter der Linie Belisar. Seres, die Königin unter den Union-Uhren. Die zauberhaften Dreizeigermodelle mit kleiner Sekunde sind wahre Schmuckstücke und zugleich mechanische Meisterwerke. 68 Diamanten funkeln auf der Lünette. Die Zeitgestalten, 1893 wie heute. Union Glashütte, Zeit für eine neue Generation deutscher Uhrmacherkunst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020